einen wunderschönen guten tag liebe seele lass gern dein herz dein like ein kommentar und ein abo da aber ich rede nicht groß wir legen direkt los so liebe seele dann wollen wir doch wissen was der tag für dich bereit hält und es geht auch schon los mit ich entscheide mich durch liebe zu lernen und wenn wir den fokus heute wirklich mal auf die liebe legen sollten die liebe zu dir selbst aber auch die liebe im außen ja mit mitmenschen familie etc pp die liebe ist ja allumfassend dann siehst du hier ein regelrechtes neues durchstart vermögen deiner herzlichkeit und auch dem resonanzfeld deiner liebe hier kommt nämlich sehr viel klarheit es kommt sehr viel geben und nehmen in den einklang und du wirst dann rückblickend sagen können dass du dich dadurch entschieden hast zu lernen du hast gelernt durch taten du hast gelernt durch worte aber du hast auch gelernt dass überall in dem liebe steckt natürlich noch viel mehr liebe auf dich zurückkommt und kannst auch jetzt liebe von abhängigkeit unterscheiden und das ist ein sehr sehr wichtiges prozedere für dich und dein seelenheil und da gehst du heute einen riesen schritt voraus tanke kraft in der natur und gönne dem jäger der jägerin in dir eine pause und diese pause die sollst du dir auch nehmen denn du wirst merken es ist schon nicht einfach anzunehmen dennoch ist es etwas sehr sehr schönes wenn du hier für dich einen wundervollen ablauf in dem im herzen regeneriert ja der ablauf im herzen wird heute nämlich bei dir so sein dass der fluss durch diese erdung die du durch die natur wieder zu dir bekommst der fluss der wird hier natürlich in seine fülle aufgehen du wirst neue blickwinkel für dein leben bekommen und somit auch noch mehr lernen und noch mehr fortschritt dadurch für dich entwickeln können weil du ja natürlich einen schritt nach dem anderen gehst und das ist ganz ganz wichtig weil du für dich in die tatkraft gehst gerade aber in der kommunikation heute eher dich zurückhält ja heute zählt für dich die herzlichkeit du lässt heute taten sprechen und du wirst auch in der kommunikation auch wenn man dich angehen sollte wirst du heute einfach alles mit liebe mal annehmen und auch verarbeiten das auch ganz ganz wichtig und zeigt auch deine ausgeglichenheit bin ich mit der liebe des universums verbunden kann der friede nicht zerstört werden und genau das ist es auch wenn du angegangen wirst kannst du hier den frieden in dir bewahren und das ist nämlich etwas ganz ganz wichtiges weil so bringst du harmonie schwingungen in dein umfeld und kannst somit auch diese herzlichkeit weitergeben dass auch die nächsten von dir oder zu dir natürlich hier einen ganz ganz großen schritt machen für ihr ihre glückseligkeit für ihre klarheit und sie werden dann auch auf dich zukommen und dir das auch sagen dass du so der wichtige schritt dafür warst und somit kannst du ein wichtiger bestandteil des harmoniefeldes werden so und hier noch mal die natur ruft nach dir sie will dich mit ihrer heilkraft berühren erfüllen und behüten das ist jetzt schön denn durch diesen rückzug den du dir ja gönnst weil im außen die liebe sich ja auch erst aufbauen muss wenn du sie in resonanz geschwungen hast wirst du noch mal heute den drang verspüren geradezu ja nicht nur dich zu erden sondern einfach mal die natur auch mit anderen augen zu betrachten tiere mit anderen augen zu betrachten vielleicht auch nur die pflanzen oder die luft mal anders wahrzunehmen und du wirst merken dass all das was dich hier aufbaut und stärkt auch in der natur für dich zu finden ist und ihr kraft gibt und somit kannst du nämlich deine tatkraft noch mal generieren und zu dir selbst sagen dass der schutz für dich gegeben ist dein schutz liegt nämlich in der krassen fülle und zeigt dir auch auf dass hier der fortschritt schon mal läuft und dann sieht man dass du auch auf jeden fall lichtarbeiterin oder lichtarbeiter wirst ich bin die liebende kraft des universums und das habe ich ja schon mal gesagt heute du bringst harmonie ins schwingungsfeld was sehr sehr wichtig ist für dein umfeld dass hier auch stress situationen wieder besser bewältigt werden können dass stress auch besser aufgelöst werden kann und du somit auch in eine herzlichkeit kommst die du dir schon so lange wünschst es ist ja jetzt nicht so dass du immer nur sagst ja ich bin zufrieden mit dem was ich habe du bist zufrieden aber glücklich bist du vielleicht noch nicht und dieses glück kannst du heute beginnen aufzubauen und das hast du dir auch wirklich verdient und das ist das schöne angepasstheit ist der innere tod lebe authentisch und sei mutig du musst nicht angepasst sein entschuldigung du merkst dass die menschen sich dir anpassen werden aber nur in der liebesschwingung sie werden sich dir nicht in der kommunikation anpassen etc pp sondern nur in im energiefeld daher ist es wichtig dass du er anerkennst dass jedes individuum ein besonderes individuum ist und wenn du heute in den spiegel schaust du für dich das wichtigste besondere individuum erstmal siehst und das bist du und es ist schön dass es dich gibt